Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Aktienanalyse bei uns auf dem Finanzwege-Kanal. Heute sehen wir uns gemeinsam das französische Unternehmen Delta Drone an. So, einmal zur Übersicht. Delta Drone ist ein Unternehmen, wie bereits erwähnt, aus Frankreich. Ihr Hauptsitz liegt in Dadeuil, Frankreich. Aktuell haben sie ca. 450 Mitarbeiter und sie sind gelistet am Euronext in Paris. Ihr Gebiet bzw. ihre Branche ist der Bau von zivilen Drohnen für den professionellen Einsatz. Hier geht es vor allem um beispielsweise Security-Systeme, aber auch nicht nur unbedingt Drohnen, sondern beispielsweise auch Zählroboter für Lager. Sehen wir uns aber später nochmal einen an, wenn wir genauer auf die Produkte eingehen. Um einmal auf die Zahlen zu schauen. Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 172 Millionen Euro. Das ist sehr niedrig bewertet von das Unternehmen. Man kann hier wirklich schon von einem Penny-Stock sprechen. Der Umsatz 2020 lag bei 13,4 Millionen Euro. Der Gewinn bzw. hier in diesem Fall der Verlust lag bei 10,7. Im Umsatzchart eingehen sehen wir direkt, das Unternehmen macht noch nicht seit sehr vielen Jahren Umsätze. Die Umsätze gibt es erst seit dem Jahr 2014 selber, aber konnten sie jetzt nicht hier das Ergebnis des Jahres 2019 toppen im Jahr 2020. Auch sie haben unter der Corona-Pandemie gelitten, wie sie selber gesagt haben. Das Ganze lag daran, dass einer ihrer großen Bereiche, und zwar der afrikanische Markt, jetzt auch unter der Corona-Pandemie im Bereich des Bergbaus gelitten hat. Sehen wir uns aber später nochmal an. Um einmal auf den Gewinn einzugehen, der ist in den letzten Jahren immer größer geworden hier, also die Verluste immer größer bei ihnen. Das Ganze liegt an steigenden Investitionen für Projekte, um hier eben mit ihren Drohnen einen größeren Markt zu erreichen. Wenn wir hier einmal den Chart des Unternehmens ansehen, sehen wir direkt, dass wir uns hier wirklich schon in einem sehr langen Downtrend befinden. Und zwar wirklich seit 2021, Anfang des Jahres, ist das Unternehmen wirklich sehr, sehr stark am Absteigen. Unter anderem hatten wir davor eine stärkere Kondidierung, aber haben jetzt wirklich hier gegen Mitte Juli neue Tiefstwerte erhalten. Jetzt eben hier diese unglaublichen Kursbewegungen nach den News rund um die Kooperation. Das Ganze sieht jetzt in erster Linie positiv aus, als ob wir jetzt hier wirklich erstmal bouncen könnten. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich gerade aus charttechnischer Sicht, dass sich nach so einem Downtrend hier eben kein wirklicher Boden bisher gebildet hat. Natürlich wäre es jetzt interessant, wenn wir nochmal abverkauft werden sollten, ob wir hier einen doppelten Boden bilden und uns danach wieder weiter nach oben bewegen. Aber wie gesagt, auch schon in unserem Fazit, wo wir später darauf eingehen werden, hier eine sehr kleine Aktie, die eben daher auch sehr viel Volatilität bietet. Die Segmente, die die Firma hier sozusagen betreibt, sind zum einen diese Business Solutions, die wir vorhin erwähnt haben. Hier geht es sozusagen um verschiedene Drohnen, die auf unterschiedliche Bereiche angewendet werden und dazu eben auch noch der Additional Services. Die Additional Services, um die einmal ganz kurz zusammenzufassen, sind einfach nur die Ausbildung von Drohnenpiloten und Lösungsoperatoren. Dazu eben noch Systemdesign und die Produktion sowie dazugehörige Software, aber auch eben Datenverarbeitung. Also hier wirklich alles rund um die Hardware sozusagen mit Service eingeschossen und die Business Solutions ist die wirkliche Hardware, die dann eben an den Kunden verkauft wird. Dann kommen wir einmal zu den Produkten der Firma und zwar zu der Hardware, die sie eben sozusagen direkt vertreiben. Da haben wir einmal im Bereich Security und Safety, den ISS Spotter. Hier handelt es sich um eine Drohne, die eben sozusagen Security Services anbietet. Hier eben auf bestimmte Bereiche angewendet werden kann, für beispielsweise Gebietsüberwachungen mit eigener Dockingstation etc. Danach kommt der Accounting Bot. Das Ganze ist sozusagen eine Maschine, die in Lagern bzw. in Warenhäusern angewendet wird. Und diese Maschine bzw. dieser Roboter eben erfährt durch die Gänge und so kann so die Sortimente und die Lagerinhalte sehr stark erfassen. Dahinterher haben sie dann eben noch das Atmos-Programm. Bei Atmos Entertainment handelt es sich um Drohnen, die beispielsweise für Licht und eben so Entertainment-Events eingesetzt werden. Wer das vielleicht kennt, gerade aus dem japanischen Raum kennt man das schon länger. Dortbei werden eben eine größere Zahl an Drohnen, 30 bis 50 Stück mit Lichtern ausgestattet und können dann eben für sehr, sehr coole Lichtspektakel am Himmel sorgen. Gerade bei Nacht ist das wirklich sehr, sehr cool. Ist auch in den letzten Jahren immer populärer geworden, weil es eben eine Alternative, zum Beispiel weil es Feuerwerk an Events darstellt und eben hier eine sehr umweltfreundliche Alternative ist. Dazu kommen die Rocket Mines Drohnen. Diese sind eben genau für die Kartografierung und eben die Vermessung an Minen zuständig. Hier geht es darum, dass diese Drohnen sozusagen aus der Luft Bilder erstellen und diese Daten dann eben später verwertet werden können. Und was hier eben gerade beim Bergbau unglaubliche Vorteile bietet, gerade im Bereich von neuen Plätzen auswählen, aber eben auch dem Aufbau der Infrastruktur von solchen Minen. Als letztes haben wir dann einfach noch das Paracero. Das Ganze ist einfach nur ein Onboard-Safety-System, was eben die Drohnen mit ihrer Umgebung interagieren lässt und eben auch von anderen Drohnenherstellern verwendet wird. So, nach den Produkten schauen wir uns einmal den Absatzmarkt an. Und zwar, wenn wir den 2020er beziehungsweise den 2020er Umsatz nehmen, ist der Netto-Umsatz wie folgt verteilt. Wir haben zum einen 84% des Umsatzes in Frankreich gemacht. Das sehen wir auch schon hier direkt, dass wirklich Frankreich der größte Absatzmarkt des Unternehmens ist. Dazu kommen noch weitere 15,4%, die eben in Afrika gemacht werden. Hier handelt es sich vor allen Dingen um die Rocket-Mind-Drohnen, die eben gerade bei diesen Minen in Afrika eingesetzt werden, worüber sich jetzt auch eben diese News beschäftigt hat, die das Unternehmen in den letzten Tagen für solche Kursbewegungen gesorgt hat. Danach gehen wir jetzt einmal über zu den aktuellen News, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, was ist da passiert. Und zwar hat die Firma Delta Drones mit einer Tochterfirma von Anglo American Platinum einen Vertrag abgeschlossen, eben für neue Minen in Südafrika. Dabei sollte jetzt eben zum Drohneneinsatz ihrer Technologie kommen, eben für die Vermessung und Kartierung eben der Gebiete. Das Ganze ist vom finanziellen Sinne her gar nicht so interessant für die Firma. Sie werden hier im Jahr 2021 sozusagen im ersten Jahr ca. 87.000 Dollar mit in diesem Vertrag einnehmen. Dabei geht es aber vielmehr um die Partnerschaft mit Anglo America Platinum. Anglo America Platinum, dem, wem es jetzt nichts sagen sollte, ist der weltweit größte Primärproduzent von Platin und macht fast 40% des weltweiten Jahresangebots aus. Also hier wirklich eine sehr, sehr große Firma, die in diesem Bereich Bergbau tätig ist, die jetzt hier eben mit Delta Drones zusammenarbeitet. Und wo wir wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch mehrere Projekte gemeinsam sehen werden, was natürlich hier eben einen sehr, sehr starken Partner bietet. Das Ganze sehen wir dann auch einmal direkt im Fazit. Wir haben es hier oben direkt aufgenommen. Diese Kooperation lässt die Firma jetzt natürlich sehr, sehr interessant wirken. Wir haben anhand der Marktkapitalisierung eine niedrige Bewertung. Natürlich ist es so, dass das Unternehmen in den letzten Jahren nicht break-even mit seinen Zahlen war. Das Ganze liegt an Investitionen rund um ihre Technologie, um hier eben einen größeren Markt zu erreichen. Das Ganze haben wir aber auch noch als weiteren Pro-Punkt der Drohnen. Technologiemarkt ist in den letzten Jahren immer gefragter. Wie wir es schon gemerkt haben an Atmos oder eben auch an den Rocket Mines Drohnen, werden die Drohnen in immer mehr Bereichen eingesetzt, wo sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch weitere Optionen entwickeln werden, auf welche Bereiche diese Drohnen angewendet werden können. Als Negativpunkt muss man natürlich sagen, französischer Pennystock. Wir haben es jetzt in der Chart-Analyse gesehen. Dazu haben wir natürlich hier unten auch noch die Chart-Technik. Das Unternehmen ist extrem volatil, lässt sich von solchen News gerade beeinflussen. Und dazu eben dieser wirkliche Downtrend, wie man sagen kann, erkennbar, lässt hier natürlich von dem Ganzen wieder etwas absehen. Gerade auch, nachdem es jetzt solche Kursbewegungen gab. Ich würde sagen, das hat das Unternehmen eigentlich ganz gut beleuchtet. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like und ein Abo da. Das war es soweit von mir. Ciao.